Ein sumsiges Hallo vom Fellmarer Bienenlegelhonig. Wie ihr seht, haben wir den Winter damit verbracht, ein bisschen Deko für den Garten zu basteln, die wir auch inzwischen schon aufnahmen haben. Das schöne Wetter haben die Bienen ausgenutzt, um einen Reinigungsflug zu machen und sich auf das Frühjahr vorzubereiten. Wir freuen uns auf einen blühenden Frühling. Wir sehen uns später. Bis dann. Eure Fellmarer Bienen-WG